Wir haben eine Ausstellung gemacht in der Werkstatt. Wir waren dort vier Leute. Haben Sie Kirche und so? Eigentlich nur Kirche. Ja, nur Kirche. Hast du Kirche restauriert? Ja, Kirche. Überhaupt. Ich weiss nicht einmal mehr. Ich kann mich nicht einmal erinnern bei der Kirche. Die ersten waren noch im St. Panthéon. Das ist ein Kanton. St. Antoinette? Nein, ich bin erst alt. Aber es ist kein Kanton. Es ist ein Berg oben. Es ist so ziemlich steil. Hast du mal eine Akademie gesucht? Eine Kunstakademie? Hast du alles selber gelernt? Nein, Akademie nicht. Nein, nein. Lorenzi ist schon mein Chef. Ein Veloraum, den ich hatte. Ich musste antreten. Und ein Atelier. Ich musste antreffen. Ich habe mir dann halt gesagt, wir haben normalisiert. Du, ach so, mein Zepp. Na, ist ja genau, da muss ich gar nicht... Ist ja verplatzt, nein. So, mein Zepp. Was? Ja. 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 John. Tomorrow we're ready. é hopeful. That's something we should have done. Is that your choice? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.